Unter dem Motto Mathe mit dem Tretboot waren heute Siebenklässler auf dem Pflückingersee unterwegs. Im Rahmen der Freiburger Sommerschule, die von der Ökostation organisiert wird, wurde gemessen, wie tief man in das Wasser schauen kann. Anschließend wurden die Daten in ein Diagramm eingetragen. Die Sommerschule soll den Schülern auf spielerische Art Themen aus der Ökologie und dem Naturschutz näher bringen.